Hallöchen Popöchen und Willkommen zurück bei M-M-M-M-M-M-M-Minecraft in der Version 1.17.1 und hier knurren die Hunde. Es knurren die Hunde. Oh. Oh. Es knurren der Hund. Der Hund knurrt. So, ich weiß trotzdem gar nicht mehr, wo ich eigentlich stehen geblieben bin. Ey, hör auf. Was hat... Ja, ich weiß gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Bleib Sitz. Ach, da kommt ja noch einer. Ähm... Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. So, wir hatten hier Lampen gemacht und so weiter. Das ist ja meistens das Problem, dass ich gar nicht mehr weiß, wo ich stehen geblieben bin. Ach, ach guck mal. Ein Hindlo. Hallo Hindlo. Öh. Ich weiß nicht. Ich bin der Händler. So. Hm. Komm rein. Naja, tolle Sachen hast du jetzt ja irgendwie nicht. So, ne? Naja. Warum laufen denn jetzt hier eigentlich... Au. Hä? Hier lief doch jetzt irgendwo einer rum. Ein Villager. Warum weiß ich nur nicht. Warum lauft ihr hier wieder draußen rum? Bauermeister. Wer ist der Bauermeister? Der Bauermeister. Meisterpower. Oha. 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 Na ja. Auf jeden Fall wollte ich mich jetzt so langsam mal auf den Wieg machen und ähm... Wir müssen die Brücke hier eigentlich auch noch weitermachen. Wir müssen eigentlich auch noch unsere... Unser unterirdisches, ähm... Gedingsel ready machen. Hier haben wir Lampen. Wir haben hier soweit eigentlich alles. Was wir brauchen. Hier haben wir soweit auch eigentlich alles. Von daher... Uh. Ist das schon so in Ordnung? Hab ich noch ne Schere. Ah ja. Da. Ich hab noch eine. So. Zack, 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 zack. Wir laufen hier erstmal durch und dann schauen wir mal. Flup. 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 Wir sammeln hier erstmal und dann... Machen wir da auch so Weltenabschnitte... Äh, beziehungsweise... Beschleunigungsabschnitte. Die werden feini. Ich glaube, so hatte ich es mir gedacht. Ich weiß es aber nicht mehr hundertprozentig. Weil ich ein alter... Trauer... Nicht-zufriedenstellender Mann bin. So. Du musst hellgrau mit... Äh, hellgrün. Hellgrau. Dir kann ich leider eigentlich nicht viel machen. Nein. Zack. Und dir kann ich eigentlich nicht viel machen. Du, 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 du... Eigentlich müsste ich auch viel, viel mehr, ähm... Dörfer, glaube ich, besuchen. Blaub ich. Hopp. Hörgrüne Rolle. So, wir gehen mal runter. Zur grünen Wolle. Äh, Quatsch. Hier hin. So war das. Je meins. So. 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 Du, 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 du. Oh. Oh. So. Müssen wir nämlich hier so ein bisschen, ne? Also ein bisschen. Guten Tag. Machen Sie jetzt einfach mit der Hände. Das geht auch. Und ich mich jetzt gerade mal frage. Mist. Mist. Ja. Also, ne. Das ist graue Wolle, ne? Das ist hellgraue Wolle. Entschuldigung, wusste ich nicht. Hellgraue Wolle und dann normale Schiene. Zack. Das wird, glaube ich, sogar noch besser aussehen. Das wird sogar noch besser aussehen. Wir sind sofort wieder da. Wir starten sofort. Wir starten sofort. mail-reffen. So, eigentlich muss man hier auch direkt starten, grün. Das hab ich eh ein bisschen verkannt. Jajaja, ist gut. Das hab ich eh ein bisschen verkannt. So. Das sind ja Beschleunigungsdinger hier. So. Gucken ob die hier an der Kiste hat. Ja, eine Lore ist da, von daher. Alles gut, damit wir nachher wieder zurückkommen. So, Moment. Damit wir auch nachher wieder zurückkommen, sonst haben wir gleich das Problemchen. Ah, da war ja was. Da fing ja schon Wasser an. Da fing ja schon Wasser an. Da fing ja schon Wasser an. Das sind ja schon Wasser, wenn man da rauskommt. Ja, da sind wir was. Das ist ja. Toll. Das sieht nachher bescheiden aus, ne, 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 komm, lass mal, nicht im Wasser. Hier muss man das Beschleunigungsding hin, so, hier auch. So, hier mal hier extra auch in grün schonmal hin. Achso, hab ich dann alle soweit? Ja, boah. Ich sag, die lassen wir jetzt weg. So, einmal eine Lore. Lore, Lore, Lore. Ja, dauert ein bisschen. Werden wir uns vielleicht hierhin stellen sollen. Haltestelle bei Fae. Flup, Lore rein. Gut ist es. Hellgrüne Wolle. Ne, grüne Wolle. Die nehmen wir noch mit. Dann haben wir da wenigstens so ein bisschen was. Achso, Moment. Ne, gehst du mal ab. Weiße Wolle. Hellgraue Wolle. Grüne Wolle haben wir jetzt gar nicht mehr. Okay, macht ja auch nix. Mop-Zeug. 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 Das ist das Mop-Zeug. Das Zeug, was alle mäust. Mop-Zeug. So, ohne Knacken. Das ist doch wunderbra. Zutiefst war ich wahr. Naja. Leckeres Fleisch. So. Nehmen wir mal ein Steak noch mit. Kann man auch wegmachen. So. Flup. 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 So, ne Moment. Das geht ja gar nicht. Knochen geht das ja gar nicht. Naja. Züchtige. Züchtige ich euch später. Ähm. Monument. Wo habe ich denn jetzt meine speziellen Spitzhacken. Haltbarkeit. Behutsamkeit. Weil wir ja auch, wie gesagt, ähm. Da aktuell jetzt ins Schnee-Biom gehen oder ins Eis-Biom gehen. Ähm. Ich werde da noch mal ein bisschen... The Eyes of the Age, äh. Packen. Was ist denn das? Ah! Das Tierquälerei! War Faders? Ich hoffe nicht. Das Bett habe ich dabei. Ich hätte mein Pferd mitnehmen sollen. Ich hätte Ferdinand mitnehmen sollen. Hm. Ja, ja. Alles gut. Wir laufen da. Ich hoffe, moin. So ein Pinguin oder was? Was ist denn das? Was habe ich denn da jetzt eingesammelt? Hä? Kohle oder was? Tinte? Oder bestimmt Tinte oder so. Eis! Boah! Wie gesagt, wir wollen ein Eisschloss haben. Dann müssen wir leider nur ein bisschen Platz schaffen. Föhnen. Entschuldigung. Ich bin eingefroren. Puh. WTF? Oh! Oh! WTF? WTF? Ich weiß es alles. Alles Akku. Aktuell gar nicht Akku. So. Hier sind zwar Lampen dran. Ist ja schön und gut. Aber die bringen wir gerade gar nicht aktuell. Wenn müsste ich sie hier anbringen. So. Zack, zack, zack. Ups. So. 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 weg weil wie gesagt wenn sollte auch richtig irgendwie aussehen so und hier hätte ich jetzt gerne eigentlich irgendwie eine möglichkeit da hoch zu kommen oops Oh Du 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 Die Biene? Hier?